Im romantischen Wasserschloss Klaffenbach kann man jetzt in Erinnerungen schwelgen an Love and Peace und die guten alten Zeiten, als Musik noch mit echten Gitarren gemacht wurde. John Lennon, Musiker und Friedensaktivist, immer mit runder Brille und Frau Yoko Ono an seiner Seite, ist eine Ikone. Eine Ausstellung ist jetzt ihm und seiner Kunst gewidmet, denn er hat auch gezeichnet. Schon lange bevor er seine erste Gitarre besaß, Cartoons, Kritzeleien und Karikaturen. Mit nur wenigen Linien erschafft er ganze Bildwelten, die oft sehr persönliche Geschichten erzählen.